hallo ihr motorrad verrückten heute noch mal ein kurzes video von mir mit einer bitte ihr seht wir sitzen hier heute zu zweit der kollege neben mir das ist red so heißt ja und wir stecken gerade gemeinsam ganz ganz viel mühe dort hinein unsere vergaser videos in der englischen sprache zu vertonen ihr könnt euch vorstellen ja ihr könnt euch vorstellen dass es wirklich sehr sehr viel arbeit ist ja mein englisch reicht dafür nicht aus und red ist zweisprachig aufgewachsen also es könnte besser nicht sein außer dem motorradfahrer und er weiß was es bedeutet diese alten schätze am leben zu halten also das wofür wir alle leben dafür brennt er auch sozusagen und er arbeitet mit uns eben daran er arbeitet mit uns eben gemeinsam daran alle videos die ihr schon habt in der deutschen sprache auch in englisch zu vertonen jetzt der punkt wie könnt ihr uns helfen ganz einfach seid doch bitte so nett wenn ihr im englischen sprachraum also in den staaten in england in kanada wo auch immer kontakte habt zu motorradfahrern zu schrauber kollegen wie auch immer dann seid doch bitte mal so nett und teilt diesen englischsprachigen kanal in diese richtung den link genau danke den link zu dem englischsprachigen kanal findet ihr wie immer natürlich in der video beschreibung und auch am ende des videos noch mal zum anklicken ja leute das war's schon von uns für heute diese kleine bitte ich würde mich wirklich oder wir würden uns wirklich freuen wenn ihr uns damit ein bisschen helfen könnt natürlich auch im restlichen europa ja ist ja ganz klar wenn der der schrauber kollege in spanien oder in italien zum beispiel ein problem hat mit seinem vergaser und genau und in seiner landessprache eben kein video findet wird er immer zuerst nach einem englischsprachigen video schauen daher also unsere bitte das war's schon wir wünschen wie immer viel spaß beim schrauben viel erfolg beim projekt bis zum nächsten video ciao ciao wir good team aren't we we good team aren't we you Untertitelung des ZDF, 2020